Für mich persönlich bedeutet diese Auszeichnung eine große Ehre, von so einer Sacherie das zu gewinnen mit so vielen jungen Leuten, so vielen jungen Start-up-Unternehmen. Und für eine Herausforderung ist es, dass wir weiterkämpfen, weitermachen. Wir sind doch Innovationsführer in Europa. Europa ist aber zwei. Und jetzt geht es nach Amerika. Da muss ich in Europa losgehen. Das ist die Auszeichnung für meine Mitarbeiter, die viel gearbeitet haben.